Heute besprechen wir, wie du 100% Motivation fürs Lernen bekommst und dich immer und sofort zu den Hausaufgaben motivieren wirst. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und ich glaube so eine der wirklich größten Challenges, die man so in der Oberstufe allgemein hat, ist einfach am Nachmittag, wenn man von der Schule heimgekommen ist, vielleicht gegessen hat, vielleicht auch eine kurze Pause gemacht hat, sich dann zu den Hausaufgaben hinsetzen. Weil es ist genau das, du denkst eigentlich, ah es ist am Nachmittag vielleicht auch größtenteils Freizeit und du musst diese Hausaufgaben auch machen. Und wenn du dich da hinsetzt, macht es so einen großen Unterschied. Natürlich zum einen erfolgstechnisch, weil du einfach viel bessere Noten schreiben wirst, du lernst viel mehr, weißt viel besser Bescheid. Aber was viele in deren Sinne sich nämlich bisher komplett vernachlässigen, ist auch wie viel gefühlstechnisch geiler das Ganze ist. Weil ich meine in der Schule macht vielleicht manchen mehr Spaß, manchen weniger, aber am Nachmittag macht es so einen großen Unterschied, ob du die Hausaufgaben schon gemacht hast, weil es ist so ein befreiendes Gefühl danach. Oder ob du die ganze Zeit vor dir hinschiffst und sagst, oh ich muss die noch, muss die noch. Und du im Prinzip selbst vom Nachmittag, wenn du beispielsweise den auch gar nicht in der Schule verbringen musst, fast gar nichts davon hast. Das heißt, wenn du schaffst, wirklich diese wirklich, ist wirklich eine der größten Challenges, gebe ich zu. Aber wenn du schaffst, da drüber zu kommen, wirst du dich einfach in der gesamten Oberstufe so viel besser fühlen, weil du einfach immer sofort die Hausaufgaben machst und dann die Freizeit, die du hast, die ja manchmal in manchen Phasen auch echt nicht viel ist, aber die, die du hast, kannst du voll genießen. Und das ist natürlich übelst geil, wenn man das wirklich schafft. Erster wichtiger Punkt, wovon hängt die Motivation denn eigentlich überhaupt ab? Das bedeutet, so viele Leute reden immer über Dinge oder beschäftigen sich mit Sachen, ohne überhaupt erstmal zu verstehen, wovon hängt das denn ab? Ja, ich müsste mir motiviert sein. Ja, ich müsste mir motiviert sein. Ja, was drückt denn deine Motivation aus? Ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich keinen Bock zu lernen. Darum geht es nicht, man muss es erstmal verstehen. Und zwar hängt nämlich Motivation eigentlich von zwei Dingen ab, die auch gleichzeitig kombiniert miteinander agieren. Zum einen das Bild, was du mit der Sache, wenn du an sie denkst, in deinem Kopf aufrufst und gleichzeitig das Gefühl, was du damit verbindest. Das bedeutet im konkreten Beispiel mit den Hausaufgaben oder mit dem Lernen am Nachmittag, frag dich jetzt mal selbst, wenn du versuchst, beispielsweise du liegst im Bett, vielleicht an deinem Handy oder chillst gerade, du sitzt gerade noch am Essenzisch und du willst dich dann aufraffen zu den Hausaufgaben, welches Bild hast du dann im Kopf? Also was siehst du genau? Versuch dir das jetzt mal wirklich vorzustellen und gleichzeitig, welches Gefühl verbindest du damit? Und versuch auch dieses Gefühl jetzt zu fühlen. Weil wenn du das erstmal verstanden hast und auch merkst, okay, so fühle ich mich, das Bild verknüpfe ich damit, dann dürfte das, je nachdem wie positiv oder negativ es ist, auch deine Motivation entsprechen. Schreib es mal in die Kommentare, ob es auf euch zutrifft. Zweitens, nachdem du es wahrscheinlich realisiert hast, dass das Ganze sehr eng zusammenhängt, geht es natürlich darum, dass du genau dieses Bild und dieses Gefühl änderst. Weil das ist wie gesagt die Hauptsache, die es im Prinzip ausmacht. Weil, wenn du versuchst, dich zu etwas aufzuraffen, beispielsweise Hausaufgaben, dann geht das alles nur über die Vorstellung davon, wie es sein wird. Weil du versuchst, dich ja erst dazu auszuraffen. Das heißt, du machst es ja noch gar nicht in der Realität, sondern du durchläufst es im Prinzip nur im Kopf. Und wenn du aber die Vorstellung davon hast, dass es übelst geil ist, dann machst du natürlich auch schneller. Wenn du die Vorstellung hast, du hast keinen Bock drauf, dann machst du natürlich auch nicht. Und so ist es nämlich bei den meisten Schülern. Wenn die meisten Schüler sich an die Hausaufgaben denken, dann haben sie eigentlich so ein Bild von ganz vielen Büchern, ganz vielen Sätzen, Seiten, Aufgaben. Ich muss ganz viel schreiben und so weiter. Sie haben quasi diesen ganzen Berg von Arbeit vor sich und verbinden deswegen auch so ein Gefühl von Langeweile. Oh, es ist ätzend. Vielleicht auch, ich verstehe das nicht. Oder ich muss mich so viel anstrengen. Und die sind im Prinzip wie so ein Marathonläufer, der diesen Marathon laufen will. Die ganze Zeit denkt, oh, das sind 42 Kilometer. Oh mein Gott, ich muss so weit laufen. Oh mein Gott, es wird so anstrengend. Was mache ich denn in der ganzen Zeit? Boah, ich kann mich halt gar nicht beschäftigen. Da wird mir wahrscheinlich total langweilig Wänden laufen. So sind die meisten Schüler, leider. Aber genau das wollen wir verändern. Weil als Abiturathlet denkst du erstens vom Bild her nicht mehr so krass daran, wie viele Sachen du schreiben musst, sondern viel mehr auf dich selbst. Oder vielleicht hast du auch bildlich so ein bisschen deine Hand im Kopf, wie die einfach so schreibt. Und Aufgabe nach Aufgabe nach Aufgabe. Und du verknüpfst damit dadurch auch viel mehr ein Gefühl von, ich ziehe das durch. Ich bringe da Leistung. Ich kann da was Neues lernen. Ich kann da Spaß dran haben. Vielleicht auch eine Challenge. Ich bringe da Performance. Ja, im Prinzip dieses Gefühl von, ich ziehe das so durch. Das bedeutet, sie fokussieren sich viel mehr auf ihre eigenen Fähigkeiten. Das bedeutet, Abiturathleten sind da. Das Ding ist ja auch der Name, Abiturathleten so gewählt. Weil, dann fokussiert man sich viel mehr darauf, hey, was kann ich denn eigentlich bringen? Was sind denn eigentlich meine eigenen Fähigkeiten? Das heißt, wo, ich meine, es ist in beiden Fällen immer das Nahrungsaufgaben, immer eine Herausforderung. Das ist klar. Nur die meisten Schüler fokussieren sich eben darauf, ja, ich schaffe das nicht und das ist so viel und ich muss mich so anstrengen. Als Abiturathlet denkst du dir aber viel mehr, geil, gerade beides eine Herausforderung, gerade beides eine Challenge, kann ich Performance bringen. Deswegen kann ich was Neues lernen. Wenn es nicht herausfordernd wäre, können ich auch die ganzen positiven Aspekte nicht haben. Deswegen framet man das als Abiturathlet um und motiviert es sich so viel, viel einfacher. Drittens, behalte genau dieses Abiturathleten-Mindset bei. Ja, das wollte ich für mich Abiturathleten-Mindset, dass du aus den großen Aufgaben und den großen Zielen siehst, sie nicht mal als Problem siehst, sondern als Möglichkeit zu wachsen, dass du da Bock drauf hast. Aber, auch wenn jetzt vielleicht dieser Mindset so durch den zweiten Tipp gerade schon gut passiert ist und der wirklich viel ausmacht, weil du auf einmal erkennst, oh shit, es geht gar nicht um die ganzen um die ganzen Arbeit, die ich machen muss und viel mehr über meine ganze Performance, die ich bringen kann, auch wenn dieser Shift-Joy extrem viel ausmacht, wird er nicht zwangsläufig dauerhaft anhalten. Du wirst ihn zwar dauerhaft parat haben, aber nicht zwangsläufig umsetzen. Weil du wirst, nehmen wir den Marathonläufer. Wenn du 42 Kilometer läufst und so ein Profi, ja, der fängt vielleicht auch an, sagt, ja, ich bin übelst gut und fokussiert darauf, schnell zu laufen, versuch seine Pace zu halten, versuch fokussiert auf seine eigenen Beine, die Schrittfrequenz hoch zu halten. Das heißt, er bleibt auch in sich und konzentriert sich nicht darauf, wie weit es doch ist, weil denkst du immer, noch 40 Kilometer, 39 bis komplett verrückt. Aber auch ein sehr guter Läufer, vielleicht gerade wenn es noch alle letzten 10 Kilometer, wo es extrem anstrengend wird, wird auch erst immer wieder auf die Urschung, okay, fuck, wie weit ist es nicht. Guck dann schreckt mir ran, lässt sich von seinem Trainer sagen, wie weit es noch ist, wie lange noch laufen muss, wenn er diesen Schnitt durchhält und so weiter. Und genau in solchen Situationen wirst du bei den Hausaufgaben auch immer wieder sein, weil du dir dann denkst, ja, okay, ich hab zwar voll Bock der Leistung zu bringen, aber trotzdem irgendwie, ah, es ist trotzdem so viel. Genau in diesen Momenten musst du dann immer wieder, immer wieder kleinere Mindshifts machen. Wir haben gerade durch den vorherigen Tipp, ah, okay, es geht voll um die Leistung, haben wir diesen großen Mindshift gemacht, wo man es überhaupt mal gecheckt hat, aber das musst du in kleinerem Maße immer wieder nachholen, weil du zwangsläufig immer wieder in dein altes Mindset zurückfallen wirst. Deswegen versuch da auch wirklich konstant wach zu bleiben, sowohl über die Hausaufgaben am jeweiligen Tag hinweg, das heißt, weil natürlich je länger du deine Hausaufgaben oder beim Lernen desto anstrengender wirst und desto mehr wirst du wie dein altes Mindset reinfallen. Genauso aber auch über die Tage und Wochen hinweg. Das heißt, vielleicht in den ersten drei Tagen nach dem Video laufen, jetzt übelst gut, das ist ja klar, Abitur lebt Mindset und bam, 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 bam. Aber mit der Zeit ist trotzdem, ja, genau, dann musst du wieder da sein und dieses Mindset immer und immer wieder refreshen. Viertens, wir haben jetzt gerade alles gehört, wie du im Prinzip dieses ganze Abitur den Mindset aufbaust, was dich konstant auch sehr lange bringen wird. Aber, nichtsdestotrotz sind wir nicht naiv, auch in diesem ganzen Prozess, den du wirklich auf der alten Hauptprozess halten solltest, wirst du noch mal wieder Momente haben, was einfach nicht klappt. Und ja, und im Prinzip geht es bei der ganzen Sache immer vor allem um eine Sache, dich einfach nur hinzusetzen. Und deswegen als ganz entscheidender Tipp, such dir immer wieder neue Katalysatoren. Katalysatoren kennen ja diejenigen, die Chemie in der Oberstufe haben, aus der Chemie oder ich glaube, aus der 10. Klasse kennt man es auch. Ich habe Chemie nach der 10. abgewählt, aber mir sagt der Begriff auch was. Und zwar ist es ja im Prinzip ganz einfach ausgedrückt, ein Stoff, der die ganze Reaktion erleichtert. Das bedeutet, man braucht weniger Energie, um das Ganze umzusetzen. Was meine ich dann mit diesem Bezug auf die Hausaufgaben? Die eigentliche Challenge ist ja einfach nur sich hinzusetzen. Wenn man sitzt, ist es zwar auch nicht zwangsläufig ein Selbstläufer, aber es funktioniert schon wesentlich einfach, als ich überhaupt mal aus dem Bett, aus der Couch, vom Mittagstischen aufzuraffen. Deswegen, such dir, was auch immer es ist. Es kann eine Quote sein, irgendein Motivationszitat, deswegen poste ich auch so viele auf Instagram davon, weil ich ganz genau weiß, das können irgendwelche anderen Sprüche sein, das können Sachen, die andere große Personen gesagt haben. Das kann ein Motivationsvideo sein, was du dir vielleicht gar nicht jedes Mal wieder anschauen musst, sondern einfach nur dich wieder daran erinnerst. Das kann auch so etwas wie schnipsen, klatschen, weil du sagst, ey, okay, ich bin da, ich bin da, immer solche kleine Pusher, ja, so kleine Motivationskatalysatoren, wie ich sie bezeichne, wo du dann einfach sagst, okay, wenn ich mich daran erinnere, dann setze ich mich hin und denke auch nicht groß drüber, das ist einfach nur, okay, bam, ich setze mich hin, versuch es einfach so schnell, ja, wie möglich, und dazu nutzen diese ganzen kleinen Helfertrusen sehr viel, ich habe aber auch bewusst auch immer wieder andere gesagt, weil, auch wenn sie Katalysatoren in der Chemie wesentlich weniger Atmosphäre als andere Stoffe, verbrauchen die sich auch langsam. Deswegen gilt genauso auch für die Hausaufgaben, wenn du dir immer wieder einen Spruch hast, ich hatte beispielsweise immer den Spruch win today, win today und ich habe mich immer wieder darauf fokussiert, es geht darum, dass ich die nächsten Jahre gewinne, ich muss einfach nur heute, einfach nur heute meine Hausaufgaben machen, immer wieder heute, 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 das hat mich über Wochen und Monate getragen, aber irgendwann nutzt sich das ab, deswegen, dann musst du dir wieder was Neues suchen, suchst dir wieder ein neues, ein anderes Zitat, ein anderes Video und so kann ich immer wieder pushen, 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 weil es ihm immer nur um diese kleine, ja, Initiierung der ganzen Reaktion geht. Und jetzt noch ein heftiger, fünfter, letzter Tipp und zwar liebe die allerschwierigsten Momente. Der Gameplan, den ich euch bisher mitgegeben habe, der ist wirklich schon heftig, das ganze Motivation ist hier mal eines der schwierigsten Thematik, glaube ich, aber wenn du das von bisher befolgst, wirst du, sag ich mal, in 95% der Fällen wirklich schon gut motiviert sein oder auch selbst, wenn dieser Motivationsplan aus den ersten drei Tipps mal scheitert, hast du trotzdem diese Motivationskatalysator, die dich trotzdem pushen. Nichtsdestotrotz, obwohl wir das alles schon besprochen haben, wird es immer noch zwei, drei, vier Prozent Momente geben, wo du merkst, fuck, egal was für ein Ziel, egal was für eine Mission, auch egal was für ein Why, warum ist ja aktuell ein ganz großes Thema, egal was für Sachen ich damit verwende, ich sitze einfach da und, ah, fuck, und dann bringt mir auch der letzte Spruch nichts mehr. In diesen aller, 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 aller schwierigsten Momenten musst du genau den Fakt, das ist der allerschwierigste Moment sein, daraus musst du die gesamte Kraft nutzen, um ihn zu überwinden. Weil, was ich persönlich in diesen Momenten mache, ich erinnere mich ganz genau daran, dass das jetzt einer der schwierigsten Momente ist und wenn ich in fünf Jahren auf alles, was ich geschafft, zurückschaue, wenn ich genau in solche Momente zurückdenke, denke ich mir, wow, genau weil es damals so hart war, genau weil ich mich damals trotzdem durchgepusht habe, genau deswegen stehe ich jetzt da, wo ich stehe. Und deswegen, immer wenn ich jetzt mittlerweile in so einen Moment komme, solch momenten passiert jedem, auch mir, auch den aller erfolgreichsten Menschen, zu denen ihr vielleicht anderweitig aufschaut, auch die haben das. Aber dann geht es darum, ich werde natürlich fast inspiriert, wenn ich merke, okay, es ist einer der schwierigsten Momente, den ich im letzten Monat habe, das inspiriert mich, weil ich weiß, Alter, das ist ein ganz entscheidender Punkt in meiner Story, die ich hier gerade schreibe. Und aus dieser Schwierigkeit nutze ich genau diese Kraft, um diese Schwierigkeit auch zu überwinden. Weil, du kannst diesen, diesen Move mit, ah genau weiß ich, jetzt so schwierig ist, genau weil ich hier Champions geboren bin, genau deswegen mache ich es. Das kannst du ja einfach jeden Tag machen, weil, die meisten sage ich einfach nur, oh ich muss mich aufraffen. Das bedeutet, da auch das ist so extrem selten vorkommt, liegt darin auch die ungemeine Kraft und die musst du nutzen, um dann wirklich auch in den aller, aller Schimpfsmomenten die Sachen trotzdem durchzuziehen. Und wie jetzt manchmal immer noch zum Schluss ein Bonus-Tipp und zwar, was ich wirklich sagen muss, dein physiologischer Zustand, das heißt, in welchem, in welchem Feeling dein Körper ist, macht so einen krassen Unterschied. Ihr kennt das bestimmt, wenn du auf der Couch schläfst, angenommen, du hast einen langen Tag an der Schule, hast dich viel gemeldet, bist vielleicht auch ein bisschen erschöpft, dann fährst du mit dem Bus heim, da vielleicht Sonne schon, du sitzt die ganze Zeit, pennst vielleicht schon so halb, dann kommst du heim, isst erstmal richtig viel und legst dich dann auf die Couch. Dann bist du natürlich sowas von, hm, dann ist es tausendmal schwieriger. Das ist so, wie wenn du zwei Meter unter dem Boden bist, dann nicht da raus zu riefen an den Schreibtisch. Deswegen, versuch dich da auch wirklich drauf zu konzentrieren. Geh vielleicht nach der Schule lieber locker laufen, kein Workouts, dann geh einfach nur locker laufen, dusch dich, dann bist du wieder viel frischer. Mach vielleicht gleich 20 Minuten Hausaufgaben oder wiederhol nur kurz was aus dem Unterricht, weil du dann diesen ersten Schritt, aus dem du dann das ganze Momentum wieder rausbekommst, sofort hast, dann isst du was, dann isst du das Essen, aber auch mehr nur eine Pause im Sinne von, ich hab schon angefangen, ich mach eine kurze Pause mit dem Essen und dann mach ich direkt weiter und so kannst du im Prinzip direkt durchziehen. Schreibt mir eure Sachen in die Kommentare, wie ihr es fandet, wie ihr damit klarkommt. Ansonsten, denk immer dran, ich glaube an ich, wir sehen uns im nächsten Video, dein Leo. I wanna know what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream, I can't let none of these looks intervene, no, my city's blessings I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.